8.2.2021, 11 Uhr. Ich nehme euch mal kurz mit in den Garten, Leute. Aber ihr habt die Eindrücke ja auch schon selbst genossen, denke ich mal. Seit gestern Nacht sieht es hier aus wie im Schlachtfeld. Nur noch weiß, weiß, weiß. Ich habe hier einen halben Meter bestimmt Hochschnee im Garten. Alles zu. Man kann nicht mehr zur Hütte unten hingehen. Könnte man, aber da müsste man sich kugeln. Grausam, grausam. Das Klima scheint sich doch zu ändern. So wie hier ich das jetzt sehe, weiß ich nicht. Es ist was dran. Der Hund, der weiß auch schon mal nicht mehr wohin. Er geht nur noch kurz raus, erledigt sein Geschäft, dann geht er wieder rein. Mein Teich hier, Leute. Guck, man sieht kaum noch was. Alles grausam, grausam, grausam. Die Hecke da oben voll. Alles schlimm. Da, die Schaukel verschwindet auch bald im Schnee. Meine Güte, man muss aufpassen, hier den Apparat zu halten. Junge, 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 Junge. Dann gehe ich mal eben mit euch zur Straße. Machen wir da noch ein kleines Bild. So, so sieht es aus hier. So, selbst alles im Carport reingeweht hier. Junge, 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 Leute. Heute Morgen bin ich einmal rausgefahren, eben einkaufen. Das war es aber auch. Guckt euch das mal hier an. Grausam, 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 grausam. Da. Also, das haben wir noch nicht mehr erlebt, so was. Donnerwetter, Donnerwetter. Die Autos sitzen zu. Junge, 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 Junge. Guckt euch das hier an. Die Stadt war auch schon unterwegs, Gott sei Dank. Aber hier kommt es ja auch noch kaum raus, geschweige rein auf mein Parkplatz hier. So, das war jetzt ein kurzer Moment hier, Leute. Schaut euch das an hier. Schaut euch das hier an. So. Dann gehen wir da noch einmal da ein. Jungen, Junge, Junge, Junge. Jungen, Junge, Junge. Das hat man lange nicht mehr erlebt, durch das an. So, das war's. Bis demnächst. Ciao. Ciao.